Die Brot- und Butterzeiten bei Kia sind vorbei. Längst definieren sich die Koreaner nicht mehr nur über günstige Preise und lange Garantien. Design und Technik werden immer wichtiger. Bestes Beispiel der neue Kia Rio, der in Paris seine Premiere feiert. Ab Anfang 2017 soll die vierte Generation des Polo-Konkurrenten den Kleinwagenmarkt aufmischen. Das Rezept, stilvoll sportliches Design, ein praktischer Innenraum und neueste Infotainment- und Sicherheitstechnik. So ist der Rio gegen Aufpreis mit einem Notbremsassistenten samt Fußgängererkennung zu haben. Premiere in diesem Segment. Die Motorenpalette ist mit vier Benzinern und zwei Dieselmotoren gut bestückt. Besonders die neuen Dreizylinder-Turbobenziner mit 100 und 120 PS sollen Sprit sparen und Marktanteile sichern. Benzinern und zwei Dieselmotoren gut bestückt.